auch noch jackpot kriegt er sieht jetzt mal schön an dir noch vorbei und ja toll da hat er kommt komplett nicht an die stern da ist schon mal weg muss da leider lang gehen leider keiner weniger und du hast dann gewinnen man kann ja alle so hohe zeilen andauern mal kurz start 16 und natürlich die abkürzung nehmen warum weil du eine 1 würfel kommen wir denn aber das hier nicht mit dem oder wenn einer da rein springt haben alle aus okay wir haben schon verloren ich kann das nicht 20 runden vor allem ja guck dir mal die textur können wir das nicht mit hüpf sagen sagt bitte hüpf sagt doch einfach bitte hüpf warum nicht sagt doch hüpf sagt einfach hüpf jetzt kriegst du glaube ich fünf abgezogen ne wow asoziale scheiße guck mal du bist platz 3 ich bin platz 4 schätze maul flash was soll ich sagen du bist behindert weißt du was ich mache schick donkey kong in die hölle nächste runde vielleicht er wird sich auf jeden fall er würde auf jeden fall auf den ständen ding ding nämlich erstmal joshy ab jetzt gut bis klaus jetzt am besten joshy dem auch meinst du ja jetzt wieder ausgeraubt der ja sicher centers glaube ich muss gerne mit ihrem wörtchen sprechen dass das nicht so geht mit 20 minzen oder zieht den sterne 20 20 das hat sich voll gelohnt tschüss ja ist das die heiße kartoffel ja hin und her werfen was immer auf dem computer werfen ich mach das ganz anders ich halte einfach die bombe in der hand wie kann man auch nach oben und unten drücken unterdrücken runter drücken war das ich hab runter gedrückt der arme junge alter wird gerade ausgenommen oder du klaus donkey kommen weil er so viele münzen hat ja kann ich ja auch schon vor gedacht aber joshi holt sich den definitiv 20 aber ja geht über ich habe das gibt es 999 18 rund noch mal doch nicht so in der ersten ja ich mache noch eine runde das ist die frage sag ich ja aber ehrlich das der stein sagt nein danke kommen wird auf jeden fall stehen clown heute münster das kann ich was das war so ja ja wir dürfen schlagen sogar ja na ja sie sollen wir freunde werden ihr habt ihr drunter springt habe ich jetzt bekommen so mein freund wir werden jetzt immer freunde hier hallo nimm doch die münzen nimm doch die münzen du affe hallo haut ab haut ab ihr schweine ihr schnorrer ihr schnorrer ja das ist auch nur ein win-win-spiel ja das haben wir schon viele acht ha 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 ich glaube dass ich was gemacht habe sechs münzen reicht doch ja 1224 hat donkey kong ja was macht donkey kong nachher stern clown tippe ich mal und sie noch einen stern holen ich glaube mit dem verdammt gekommen obwohl der müsste zu angepisst werden wir müssen eins klingen ja was soll ich mit deinem eigenen also nicht für die runden gut ist sie den erstmal an sein braunes kleid ja sein braunes kleid gibt 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 gab es glaube ich nur bei dem bei dem level dass man die sterne klang konnte wenn wir kaputt gehen eigentlich miesen machen typ 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 da war nochmal ne 2 mich fragen was mit der 1 los ist ja da muss ich weiß deswegen wollte ich das ja ich hab so ein leichtes bedürfnis zu proben wie immer kommt die bekommt die bekommt die bekommt die mutter dein mutter der mutter auf den kopf umzuspringen wer ist hier besoffen von euch hier du bist besoffen aber auf meinen kopf zu springen der erste fliegt deswegen schon mal ja unentschieden ja passiert auch mal ja leider jetzt haben wir unter 20 oder 19 20 schon haben fast gerade mal eine stunde es geht da bei dir oder bei mir du bist so ein kleiner wichster ne kleiner dicker affe kleiner dicker affe ich hoffe wir werden wettstreiter mein freund alter was der riesen augen macht mhm als ob er den geist gesehen hat hihihi jetzt geht er runter er sieht minus ja aber das gibt dem nicht nö das computer halt ne der müsste gleich noch einen stern schenken hihihi 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 je 30 münzen oh mein gott tut mir irgendwie nicht leid dafür alle ich war auf dem burser fällt ich hab heute morgen geduscht deswegen jetzt wirst du noch blau und spielen wir 3 gegen 1 oder du wirst auch wo komm 1 ich würde dir den weg nach links empfehlen mache ich auch ich bin da unten gleich wieder münzen kassieren 3 gegen 1 ja ja oder wer jetzt wirst du runter geschossen flieg mein freund das ist echt die steuerung ist so kacke weiß ich bin ich mal runter fliegen nein will ich nicht und vom ende völlig unter als gemerkt dadurch dass das bild nach vorne gegangen ist wurde ich nur getroffen wenn ich also kann ich es doch noch weiter 122 glaube ich